Liebe Wählerinnen und Wähler, ich heiße Dagmar Ziegler und kandidiere zum zweiten Mal für den Bundestag. Ob als Landtagsabgeordnete, Ministerin, Bundestagsabgeordnete, immer war und ist mir wichtig, mich für die Menschen in unserer Region einzusetzen. Eine Region, in der es sich lohnt, zu leben und zu arbeiten. Ich will gute Löhne und gute Bildung für alle. Ich will endlich die Rentenangleichung Ost-West. Kurzum, gute Lebensbedingungen für Jung und Alt. Probleme müssen nicht bedauert, sondern gelöst werden. Dafür will ich arbeiten. Liebe Wählerinnen und Wähler aus der Prignitz, aus Ostprignitz-Rupin und dem Haveland, von mir können Sie weiterhin volles Engagement und Ehrlichkeit erwarten. Sie bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 22. September. Vielen Dank. Vielen Dank.